Bevor das Video beginnt, möchte ich euch noch kurz was sagen. In den Kommentaren könnt ihr jetzt mit dem Hashtag VIP, groß geschrieben beides, könnt ihr mitmachen an einem kleinen Gewinnspiel. Im Gewinnspiel geht es entweder, wenn man gewinnt, selbst entscheiden, möchte man VIP Lifetime auf Hypixel oder möchte man vielleicht lieber ein Template Cape vom Labymod. Das ist kein Custom HD Cape, das heißt ihr könnt dort nicht euer eigenes Cape einfügen. VIP könnt ihr haben oder Template Cape, wenn ihr gewinnt. In die Kommentare müsst ihr dafür nur Hashtag VIP schreiben, ihr müsst abonniert haben, das ist wichtig. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ein Like da lassen, okay, das müsst ihr aber nicht. Und nun gehen wir rüber zum Video. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich weiß, es war jetzt eine Minute länger, aber damit ciao und bis zum Video. Heute sind wir mal im Team Lockgames unterwegs. Hallo, Tickzi. Ich bin ein ganzes Mal in dir hier auf meinem YouTube-Kana. Heute sind wir mal im Team Lockgames unterwegs, denn der Lockgames-Owner ist dabei, Finn Lukas. Wir sind auch gleichzeitig in einer Party, dass wir Party machen können. Ich schalte noch hier kurz mal einen Chat aus, der ist sehr stark voll. Heute haben wir uns gedacht, machen wir mal etwas, das man normalerweise nicht macht. Einfach ein Chat, wo es in der Lobby zum Beispiel gibt. Also hier eine Community einfach. Und Jump'n' Ones. Ich würde sagen, zum Start versuchen wir das Jump'n' Ones hier. Ach so, das Jump'n' Ones, meinst du? Ja, genau. Könnte man mal versuchen. Habe ich noch nie geschafft. Das ist aber echt schwer. Das habe ich schon öfters Mal gespielt, aber das ist echt schon heftig. Ja. Ich habe es nie bis ans Ende geschafft. Ich habe es in Verzweifel, dass ich die Community gedownloadet habe und dann in Game Mode 3 rumgeflogen bin und da die Secrets gesucht habe. Habe nicht mal alle gefunden. Und danach, ich glaube, nach dem Jump'n' Ones hier können wir vielleicht einmal, ich kann dir nämlich ein gutes Secret zeigen. Ich kenne eins, das ist gleich hier unter uns. Ja, ich kenne auch noch eins, was nicht so viele Leute jetzt kennen. Also die Community hat sehr viele Secrets und da kenne ich ein recht cooles Secret. So, ich komme mal mit zu dir, die vier. Ist das normal? Normalerweise sind ja immer YouTuber. Äh, ich mache hier mal kurz YouTube an. Ja, die sind nicht da. Aber dann zeige ich dir jetzt mal was, Lefio. Komm mal mit. Ja. Oh, ich muss einfach kurz gucken, wo das ist. Wieso legt das hier drin? Ach, weiß ich nicht. Teammitglieder sind auch nicht da. Also, hier kann man noch in Follow Us on Twitter. Nein, Werbung. Werbung. Nein, 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 nein. Warte kurz. Bei mir ist es nämlich keine Werbung mehr in wenigen Sekunden. Der Spielenname ist at gomma hd.net. So, guck. Ja, äh. Und dann kommt man halt in die Archive. Okay, und jetzt? Ach, das hat nicht funktioniert. Also hier ist ja ein kleines Stück noch. Lefio kommt. Ich komme sofort, ich habe noch eine richtig gute Idee. Hier. Edit Frame. Da kann jetzt der Punkt weg. Und jetzt dann? Ja, hier steht jetzt atlefio. Follow Us on Twitter, atlefio. In den Labbing. Also. Wird gomma hd.net. Das ist hier das Archiv. Das gomma hd.net. Archiv. Ist es neu? Hier sind die ganzen gesperrten Account. Die ganzen Crash Reports. Ja, guck mal. Wir gucken uns mal die ganzen Crash Reports an. Ja. Oh, der hier ist von 12 und 12 und 12. Stimmt. Und der hier ist vom 1. September. Und der ist vom 11. September. Haben wir Probleme im September? Crash Reports? Ich wusste gar nicht, dass der komisch mal gefälscht ist. Hier sind die ganzen gesperrten Akkotzen. Aber extra viele. Guck mal, hier ist noch so eine kleine Leseecke. Hier haben wir hier noch ein Gomm. Bei denen. Leseecke? Nichts für mich. Äh, ja. Wir kommen hier noch runter. Komm mal mit. Wie viel? Kommt, hier gibt es auch noch nach unten. Kommt, hier gibt es auch. Keller. Die Weißmaterialien der Moderatoren. Die haben ja weiße Weißmaterialien. Hier ist die Konzeptentwicklung. Ich bin gerade drin. Das ist ein ganz cooles Sieg. Konzeptentwicklung. Archivierte Parallels. Archivierte Themen. Hey, man kann auf den sogar zugreifen. Auf den. Ja, das hat so ein... Das hat so ein Dings halt an sich. So ein Verzauberungstisch. Nein, normalerweise macht man ja, dass man dort nicht zugreifen kann mit Plugins. Oha, guck mal. Lephi, ich bin auf den Geheimhaltungsakt. Wir sind auf den Akten gerade hier. Pass auf, sonst fallen die noch um. Oh Gott, also Lephi, oh, ich glaube, so was für dich ist. Man hört ja, ähm, weißmaterialien der Moderatoren. Also man hört da hin. Das ist das Buch von mir. Das ist das Buch von mir. Das darf niemand sehen. Niemand darf die Beweise lesen, dass ich hecke. Okay, ich hecke auch nicht. Ich hecke auch nicht, sonst wäre ich ja mit dem PIVOK. Das sind die Beweise, dass ich nicht hecke. Ich bin scheiße. Also Lephi, also ich habe das Gefühl, die Zuschauer deiner Videos später hören, deine Tastatur echt schon... Ist ja laut, deine Tastatur. Noch. Warte mal, ich spamm mal kurz für euch extra die Leertaste. Ich habe sie ein bisschen gespammt. Sie ist echt nicht schon laut, äh, ja. Nachwort laut. Ja, das ist eine gute Idee. Folgt mir auf Twitter. Ja, und mir auch am besten. Ja, ihr könnt auch ihm folgen. Warte kurz. Äh, hier kurz so ein Tag hinzufügen. Aus. Zum Minus. Okay, das hat nicht geklappt. Okay, Lukas, wenn wir nochmal ein Video aufkönnen, könntest du bei den nächsten Videos noch sagen, für den Lukas aka Greifler LP. Ja. Das ist, äh, so mein Standardname, wenn ich nicht meinen Vornamen nehme. Man kann hier keine Abstände machen, schrecklich so. Wo, bei YouTube? Oder wo guckst du gerade? Bei Tags. Hier, ich möchte mal hier rein in den Reif. Bei YouTube? Oder bei welchen Tags denn in welchem? LevyMod Tags. Achso, LevyMod Tags, ja. Ich weiß gar nicht, wenn ich mich jetzt mal hier anmelde, kann ich nicht mich, äh, Request, mir hat jemand ein LevyMod Request gesendet. Wie kann ich hier das Teil mal aufmachen? Ich wollte schon immer mal hier rein. Levy, ich hab dir mal eine, äh, Freu-, äh, ich hab dir mal eine LevyMod-Freundschaft. LevyMod-Freundschaftsanfrage? Ach ja, hier. Request. Äh, nee, den nehmen wir nicht an. Ah, Levy, yo. Oh, offline. Hier steht bei mir offline. Ah, aber du kannst mir trotzdem schreiben. Away. Kann ich auch Away wählen und Busy. Weißt du, was cool wäre für LevyMod? Ich möchte mal hier auf die Bühne. Egal, kommt ja hier nicht drauf an, ob ich auf die Bühne kann oder nicht. Ich kann ja dann bei Loggings, oder? Du bist halt ein YouTuber. Du musst es eigentlich können. Ja, bestimmt. Hier, 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 hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Also, man kann sich ja Hacker da durchbacken. Da hab ich schon mal ein Video. Ja, als Hacker kann man dort einfach über... Aber dann wird man halt gebannen von dem So. Kann man denn? Ja, würde ich nicht machen. Ich Hacker sowieso nie. Also, ich komm... Du bist jetzt so leise, das ist unheimlich. Ja, ich bin sonst nicht so leise. Ich weiß. Ich weiß jetzt, was mit den Hackern passiert, die nicht hier stehen wollen. Was denn? Komm mal hierher. Ja, wo bist du dort? Au. Bin runtergefallen. Hier, siehst du mich? Ja, ich komme. Das passiert mit den Hackern, die nicht gestehen wollen. Das. Oh, I. Ah. Ich werde niemals hacken hier. Komm, mach mir mal so ein bisschen lustig. In Scream. Aha, ich muss mich schicken. Äh, Lefio, haben wir in der Aufnahme noch Zeit, um noch eine Runde Bettkurs oder so zu spielen? Ja, ja, ich mach... Oder meinst du noch eine Jump in One? Also, meinst du jetzt mal ein richtiges Jump in One? Nee, Jump in One bin ich nicht gut. Da, das schaffe ich nicht. Okay, dann lass uns doch mal eine Runde... Komm auf die Bank. Oder ich habe eine Idee, wir machen die Verabschiedung auf der Bank sitzend. Dann mach ja. Ja, warte mal. Wo bist du? Ich finde dich gerade nicht. Wir machen die Verabschiedung einfach in den YouTuber-Books. Oh, könnte man auch. Komm... Also, mal wieder eine Runde Bettkurs auf dem... Auf dem... Wir machen das mal an. Ich möchte gerne mal mein Clan sehen, eigentlich. Mein Clan ist FGCK. Ach soo... Ach soo... Wir sind in Team Rot. Da steht FGWHQ. KG. Äh... Options... Chat Settings... Show... Entschuldigung. Schade, ich wollte dir jetzt trotzdem mal eine Anfrage schicken, aber es geht ja auch nicht. Oh, die Villager, hi! Ah, die Vio. Ja, jetzt hab ich das große. Ich geh schlafen. Ja. Und Bronze holen. Und wieder schlafen. Überfrieden. Deine Wortwahl. Ich hole uns ein paar Wolkenblöcke. Also irgendwie... Stoßt immer so ein komischem Schrei aus, wenn ich konnte. Jetzt sieht's aus, als ob ich geflogen bin. Loi, weißt du, hast du... Also ich glaube... Ja. Also ich glaube, Levi... Der Levio hat echt ne... Äh, ihr wisst es ja... Ich leider nicht. Ich muss mir das Video dann hinterher angucken, ne? Auf der ein Hecklein anhatte. Irgendwann hab ich das Gefühl, der Levio hat hier ein Hecklein an. Ah! Ah! Nein! Ich hab keine Blöcke mehr. Ja! Achso, das sind so... Achso, Wolkenblöcke, die gehen wieder weg, stimmt? Ja. Ich hab keine... Als normale. Ja, ich hab keine Blöcke mehr. Ja, ich mag Wolkenblöcke. Die sind immer so wolkig zu mir. Freiheit! Die Freiheit muss Grenzen los! Willkommen zum Musical... Kongress. Zum World Musical... Du weißt... ...etwas... ...die jetzt gewinnen sind. Unser heutiger Sänger ist von Lukas. Er möchte sich gegen... ...Katy Perry behaupten. Wir wünschen ihm viel Glück und hoffen, dass er noch ein langes und wohnertreiftes Leben hat. Good luck! Mein lieber Levi, good luck! Ich... Brauchst du ein Schwert? Nein, ich hab... Pi! Pi! Oh! Die Namen muss für alle auskappen. Wieso? Äh... ich weiß nicht. Wird nicht auch von YouTube Bestriket? Ne, ne. Ne, das wird nicht von YouTube Bestriket. Ah! Es ist ein Gegner bei uns! Ja, ich... Ich bin nicht mehr bei uns. Ich bin jetzt nicht mehr bei uns. Ich bin jetzt nicht mehr bei uns. Ich bin jetzt nicht mehr bei uns. Lebst du noch? Nein. Bist du ausgesehen? Ich bin jetzt Spectator. Oh, hi! In der Mitte liegt viel Gold! Ich spektate dich! Lefio! Lefio! Ich spektate dich! Hi! Kannst du mir sagen, ob ich mich auch abgeholt habe? Ich möchte mir gerne einen Block holen. Also... Ja, oh, bei dir ist einer! Da kommt einer gleich! Lefio! 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 Ah! Weg mit dir! 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 Wege gab's geschafft! Jetzt bring ich mich in Sicherheit! Aber du musst noch einmal sein Dings anbauen und die Wolkenblecke! Oh, du brauchst hier! Schneeblecke das ist nicht erst wie Schnee Nee, das ist Wolke Ist aber eigentlich Schnee, in Minecraft! Ohah, was du mit nur Wolkenblöcken Das könnte man auch mal so als Challenge machen Es sieht aus, als wenn du nur ein Hacker wärst. Ich fliege. Ich habe keine Wolkenböcke mehr. Ich würde sagen, wir brennen die Aufnahme nachher gleich. Ich habe eine Idee, wie wir die Aufnahme gleich beenden. Wir gehen gleich in die Community und dann machst du einen Cut bis zur Community und dann setzen wir uns da auf so ein Sofa rauf. Dann machst du halt einen Cut, bis wir in der Community sind. Du herrschst, glaube ich, die Fähigkeit des Schnittes, oder? Er kommt, er kommt von oben gleich. Nein, Rifi! Ach, der Tod. Und? Boah, scheiße! Nicht so übersteuern, Rifi. Der Tod hat das Katzen, das Katz-Signal, das sehe ich dann. Gigi. 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 die Sitzbank. Komm auf die Sitzbank. Ja, wir müssen noch eine, wir müssen finden. Oh. Hör auf zu übersteuern. Und hier sind wir wieder in der Community. Ach, hier hat das auch Bänke. Ja, wir essen jetzt noch schön den Kuchen und verabschieden uns auch gleich. Danke, dass ihr hier wart. Schaut auf jeden Fall beim Loggames Network YouTube-Kanal vorbei. Und Discord könnt ihr gerne unten auch rauschecken in der Videobeschreibung. In dem wahrsten neuen Video, schön, dass ihr dabei wart. Und damit, tschau, Leute. Von mir auch tschau, Leute.